Ich muss mir echt noch die anderen Charaktere holen, die anderen DLC-Charaktere. Ich habe ja noch nicht alle freigeschaltet. Ich habe noch nicht Emise und so weiter, die ganzen aus dem vierten Teil, die kleinen Mädchen und der wahre Endboss sozusagen, wie sie sich immer so schön genannt hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, das ist peinlich eigentlich. So, ich erhöhe nochmal die Magiefähigkeit und beende damit meinen Zub. Oh, das ist mir egal, wenn du Pram angreifst. Das ist mir auch egal. Das ist auch. Uh. Sorry, Mutter. Oh, du Arsch. Du hast Usadia vernichtet. Hier sind ja wirklich zwei. Wir haben mal Overlord, sehe ich ja sicher. Vayler Gaze. Easy. So. Und dann... Das reicht noch nicht mal. Einmal Attacken und dann den V-Extreme. Oder V-Extreme, wie es auf Deutsch heißen würde. Das ist viel zu hoch, okay. So. Kannst du... Kannst du... Dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir es ganz anders. Nö, 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 nö. Gehen wir mal wieder zurück. Lauren geht auch zurück. Kann er noch ihren High Heel spammen auf sich selber. Damit sie ein bisschen XP leeched. Das ist viel zu hoch. Das ist doof. Und... Ja, weil wir Tores... Aha. Ich muss jetzt einfach mal auf... Noch auf einen kommen. Ein Stack. Dass ich sozusagen noch einen Charakter habe. Und dann gehe ich hin. Ich hoffe auch einfach mal, dass es reicht. Ja, es wird schon reichen. So. So, ich brauche jetzt Wayne. Brauche ich. Halt. Du kommst zwischen so weit. Bei Wayne. Oder Logan. Wir hatten hier den höheren. Okay, du nicht. So. Irgendwer hat doch hier... Achso, die haben beide sie selbst. Ist ja auch doof. Naja. Wow. Der Montos geht ja extrem weit. So. Und weiter. Jetzt müsstest du eigentlich... Jawohl. Er ist einfach der Beste. Er kommt einfach übelst hoch. So, jetzt können wir nämlich ein bisschen aufräumen da oben. Aber richtig aufräumen. Leider hast du den Falschen gequittet, aber ist ja kein Problem. End of turn. Diese Bombe, das ist ja lächerlich. Ah, weil wir tos. Ist leider tot. Schade. Oh. Why? Wir haben ja noch Ray... Äh... Wait. What? Warum will ich eigentlich über Wayne sagen? Ich weiß nicht. Ich hab übrigens im letzten Part ja gesagt, dass ich... In der letzten Aufnahme-Session... Hab ich ja gesagt, dass ich ein großer One-Piece-Fan bin. Ich mag aber auch ganz gerne Fairy Tail, muss ich sagen. Ich hab mich aber jetzt ein bisschen enttäuscht, meine... Mein Kleiner. Mach den mal kurz platt. Was? Immer noch nicht. Oh. John hält aber viel aus. John. Na gut. Zerafina. Schon mal liften auf ihn drauf. Hehehe. So. Weil ich mich nicht bewegt habe, deswegen konnte ich mich nicht nochmal bewegen. Ah. Okay. Man darf nicht zusammenstehen. Alles klar. Ist gut zu wissen. Ah. Okay. Sie ist tot. Okay. Steht der zusammen? Ne. Leider nicht. Okay. Liften wir dich mal ganz kurz. Oh. Ich dachte schon, dass hier hinten auch noch einer ist. Ich wäre ziemlich nervig. Oh. Weg mit dir. Das ist mir egal. Das kannst du ruhig machen. So. Zerafina mal einmal... Einmal da rauf. Kann ich. Nee. Scheiße. Na egal. Vielleicht hast du ja irgendwie noch eine Fähigkeit... Nee. Kommst du irgendwie an ihn ran? Ah. Scheiße. Na. Es ist zu hoch. Ich würde rankommen, aber es ist zu hoch. Shit. Ah. Schon wieder. Jetzt sind die natürlich unten. Ich würde mich verarschen. Na ja gut. Dafür hast du deine Lektion von Pram gekriegt. So. Zerafina. Mach den Rest. Damit haben wir die Stage auch fertig. Nice. Und es gibt einen Eingefallkohle, weil Serafina auf der Map ist. He he he. Es ist nicht so viel, aber immerhin etwas. Auch Kleinviech macht Mist. We heard they were on the brink of being destroyed, but this looks like they've already been destroyed. Mountains of rubble stretch out as far as the eye can see. At this rate, it'll be impossible to find survivors. Christo, we can't give up, Plip. There might still be people waiting for us to help them. I... I see your point. You're right, Usalia. Sir Killia. Will I repeat the same mistake that I made before? Am I going to let the people I'm trying to save die? What am I doing? Killia. Please don't blame yourself, Plip. She's right. This is in no way your fault, Sir Killia. It's not my fault? Is that really true? Huh? What do you mean? W-What? Do I have something on my face? You might have been right. We should have defeated Void Dark first, rather than coming here to see this. It's not too late. Let's go bring the fight to him. Stop right there. Are you really, Sir Killia? There's a limit to how much you can accomplish by yourself. She's right. Didn't we come to this netherworld to destroy the magical spear? You're not acting normal. Calm down, Plip. What has gotten into you? I... Just want to... I don't want there to be any more victims of Void Dark. That's all. Lise was... I don't want to have to relive the devastation of having my one and only family being killed. Lise? 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 Ja, ich hab gelernt, meine Freunde. Lise? Ja, ich hab gelernt, meine Freunde. Lise... Mh... Also, er liegt sozusagen den anderen Leuten, dass er jemanden kennt mit dem Namen Lise. Lise? Jetzt geht das wieder los. Die Hörner sind drauf. Wann begreift ihr, dass das sowieso schon denkst? Hundertpro. Oh, oh, oh... Wo hast du die gekauft? Ähm. Ah, ja, ja. Natürlich! Und warum sind sie das letzte Mal abgef... Achso, weil er Stress hatte. Er hat sich schon mal irgendwo gesehen. Ah! Wo hat er sie gekauft? Liegt es für uns. Erzählt es uns. In welchem Shop? Für 10... Also kürst du. So eine Billigware. Oh, die sind auch noch billiger als im normalen Shop. Kaufen! Seraphina, kaufen! Für dein Hörnchen-Outfit. Let's... 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 Set... So... Hier! Ja! Bevor ich schon wieder vergesse... Ich würde schon wieder fast durchwenden. Und vergessen einzukaufen. Wow! Das wird aber teuer hier langsam. So... So... Aber 175 ist jetzt nicht der krasse Bonus, den ich mehr hoffe eigentlich. Na, Seraph, war ja nicht so weit unten. Was ich letztes Mal noch meinte mit den Squads, dass man irgendwie so aufteilen kann. Wisst ihr? Eine Gruppe... Also, dass man... Naja, nee, das ist doof. 147. Ich erzähle es gleich. Das kann ich gleich besser zeigen in dem anderen Menü da. In dem Anfangsmenü, wo wir gerade gleich sind. So... Hier müssen wir ein... Ghost Squad. Elysee. Hey! Was ist mit ihnen? Was ist mit ihnen? Serafina ist aufzunehmen, damit er nicht auf seine eigene Arbeit geht. Sis ist eine von diesen Mädchen, die ihre Männer unterteilen, oder? Poor Bro. Hey! Gib mir schon ein Raum. Ich kann nicht richtig gehen, mit dir zu mir. Du wirst niemals auf deinem eigenen. Wenn du mir das versuchst, und dein eternales Liebe für mich, dann werde ich dir gehen. Ich versuchte das erste Teil. Ich werde niemals auf meinem eigenen. Na gut. Aber bitte sag mir eine Sache in exchange. Diese Lisee, die du erwähnt hast, war eine Frau, richtig? Kannst du mir erzählen, die Geschichte, als sie wurde getötet? Usalia will auch wissen, Blip. Ist das deine Grund, um eine Revenge zu wollen? Und? Frauen. Was schritten, die Schreitze. Und? Ich habe keinen Rund. Und? Ich habe keine Revenge. auf meine Meinung. Aber ich will euch die Wahrheit für mich, was Void Dark und ich, und Lise, haben alle in common. Goldion's daughter, Lise Rhoda, war Void's older twin-sister. Lise war eine unique Frau. Obwohl sie ein Demon war, sie war immer straight-forward, bright, und liebte zu meddeln. Sie hat sie immer mit meinem Geschäft gebracht, und wir haben immer viel zu diskutieren. At first, ich war mit ihr meddeln, aber ihre naturalen Wichtigkeit und Wichtigkeit hat mich zu erheben, bevor ich überhaupt herausfahre. Selbst wenn ich Goldion's Seite verliefte, sie hat mich selbst für einen Grunde genommen. Ich dachte, Goldion hat mir gesagt, dass sie Ich habe das erste Mal in meinem Leben gefühlt, aber die Wahrheit ist, sie hat mich gefühlt. Ein Mann, der einfach weggekehrt hat, weil er nicht die Ultimate Demon Technik hat. Final Skill. Wenn ich etwas, was ein Herz war, ist es weil sie es mir gegeben hat. Ich habe meine Zeit in Kryo-Blood gesucht, und war bekannt als die Tyrant-Overlord. Aber Lise hat mir ein Herz gegeben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Wärme von einer Familie fühlte. Ich habe das Zeit in der Zeit geblieben, aber nicht lange nachdem, der Vöid kam. Kilia, zurück meine Freundin zu mir. Ich verabschiede. Du verabschied? Aber du bist ein totaler Freund. Nein, Lise ist meine Familie. Nein, du bist so nahe. Du bist nur ein Freund, der Vater aus der Straße aus der Straße. Du hast die Ultimate Demon Technik von meinem Vater verabschiedet. Und jetzt bist du versuchen, zu holen meine einzige Frau weg von mir. Ich habe nie gerne dich aus dem Beginn. Ja, ich weiß. Du bist so nahe, Vöid? Natürlich. Ich habe lange Zeit für das. Ich bin nicht der Mann, die du einmal wussten. Ich habe die Ultimate Macht, die außerhalb des Häusern. Ich bin nicht der Mann, die du einmal nimmst. Das ist wie es endet.